In diesem Video geht es um die Rundfunktechnik, die Amplituden, Modulation und um den Selbstbau eines Radiosenders. Wir beginnen mit dem UKW-Generator. Dazu hatte ich schon ein Video gemacht. In dieser Apparatur entstehen auf einem Drahtbügel elektrische Schwingungen, die sich auf eine Antenne übertragen. Beginnen wir links mit dem Smartphone. Daran ist ein Adapterkabel angeschlossen, zwei Spulen auf einem Eisenkern. Die zweite Spule wird angeschlossen an diese Röhrenapparatur oben, an Kathode und Gitter. An dem Gitter hängt wieder der Gitterableitwiderstand. Die Heizspannung habe ich hier schon angeschlossen. Außerdem hängt der Minuspol einer Gleichspannungsquelle an der Kathode und der Pluspol hängt an dem Drahtbügel, an dieser Klemme. Ganz rechts auf dem Tisch steht ein Verstärker mit Lautsprecher. Und hier vorne seht ihr zwei Kabel, die als Empfängerantenne dienen. Und dazwischen ist eine Diode geschaltet, die wiederum an den Verstärker und an den Lautsprecher angeschlossen ist. Die Empfangsantenne hat etwa die gleiche Länge wie die Sendeantenne. Die Diode zeige ich hier noch einmal. Wir schließen zunächst das Smartphone an, an die erste der beiden Spulen links. Die zweite Spule ist induktiv gekoppelt mit der ersten über den Eisenkern. Und diese zweite Spule schließe ich an an Kathode und an Gitter. Auf dem Drahtbügel entstehen die hochfrequenten elektrischen Schwingungen, die sich auf die Antenne übertragen. Das heißt, dass die hörbaren, niederfrequenten Schwingungen, die das Smartphone aussendet, die Strecke, Kathode und Gitter steuern. Ich schalte die Musik ein am Smartphone, schalte auch den Verstärker ein und die Röhre natürlich, die Gleichspannungsquelle ebenfalls. Und man hört nun tatsächlich Musik, die von der Empfangsantenne übertragen wird an den Verstärker und an den Lautsprecher. Die Musik ist nicht ganz störungsfrei, aber im Prinzip funktioniert diese Apparatur. Ja, dazu etwas Theorie und eine Zeichnung. Thema Rundfunktechnik. Ich zeichne wieder die Röhrenschaltung für die hochfrequenten elektrischen Schwingungen. Die erläutere ich jetzt hier nicht näher. Dazu hatte ich ja schon ein Video gemacht. Allerdings kommt links jetzt noch eine Spule dazu, die über einen Widerstand R mit dem Gitter verbunden ist. Und induktiv gekoppelt mit dieser Spule rechts ist die linke Spule, die an das Smartphone angeschlossen ist. Die elektrischen Schwingungen übertragen sich auf eine Sendeantenne und rechts seht ihr die Empfängerantenne mit der Diode und parallel dazu angeschlossen ist ein Lautsprecher. Den Verstärker habe ich hier in der Zeichnung weggelassen. Die Diode dient zur Gleichrichtung des Signals. Warum das notwendig ist, sehen wir später. Im mittleren Teil der Apparatur entstehen die hochfrequenten Schwingungen im Megahertz-Bereich. Diese hochfrequente Schwingung nennt man auch die Trägerschwingung. Die niederfrequente Schwingung des akustischen Signals kommt vom Smartphone und wird über die beiden Spulen weitergeleitet an die Strecke-Kathode-Gitter. Das heißt, die Strecke-Kathode-Gitter wird mit der niederfrequenten Schwingung gesteuert. Man nennt das auch eine Modulation. Und diese modulierten Schwingungen werden von dem Drahtbügel weitergegeben an die Sendeantenne. Von dort aus strahlt die Sendeantenne elektromagnetische Wellen ab in Richtung des Empfängers. Auf der Empfängerantenne werden ebenfalls elektrische Schwingungen induziert. Die Diode dient zur Gleichrichtung dieses Signals. Und die akustische Schwingung wird hörbar gemacht am Lautsprecher. Eine hochfrequente Schwingung hier im Megahertz-Bereich wird durch die niederfrequente Beeinflussung des Gitters der Röhre moduliert. Das nennt man Amplitudenmodulation. Die niederfrequente akustische Frequenz liegt im Hertz- bis Kilohertz-Bereich. Das menschliche Gehör kann Töne im Bereich von ungefähr 20 Hertz bis 20 Kilohertz wahrnehmen. Die niederfrequente Schwingung kann selbst nicht in den Raum abgestrahlt werden. Die hochfrequente Schwingung dient als Träger für die Übertragung der niederfrequenten Schwingung. Denn die hochfrequente Schwingung kann ja in den Raum abgestrahlt werden vom UKW-Generator. Die niederfrequente nicht. Und die niederfrequenten Schwingungen werden gewissermaßen aufaddiert auf die hochfrequenten. Ja, hier in so einem Diagramm könnte das folgendermaßen aussehen. Nach rechts haben wir die Zeitachse. Nach oben die Spannung U. Die hochfrequenz wird gewissermaßen eingehüllt von der Niederfrequenz. Das heißt, die Amplitude der Hochfrequenz ändert sich mit der Niederfrequenz. Aber die Frequenz dieser Trägerschwingung, dieser Hochfrequenzschwingung, ist so hoch, dass die Membran des Lautsprechers ihr nicht folgen kann. Sie stellt sich deswegen auf den Mittelwert ein. Und der Mittelwert ist ja hier in diesem Fall immer gleich 0. Aber wenn wir die Spannung gleichrichten mit einer Diode, ist der Mittelwert der Hochfrequenzschwingung eben nicht 0. Bei der gleichgerichteten Wechselspannung schwankt der Mittelwert der hochfrequenten Spannung mit der Niederfrequenz. Diese Schwankungen kann der Lautsprecher wiedergeben. Der Mittelwert der Hochfrequenzschwingung schwankt mit der Frequenz der Niederfrequenzschwingung. Alternativ dazu gibt es neben der Amplitudenmodulation auch die Frequenzmodulation. Das ist auch heute die übliche Technik, weil sie weniger störungsanfällig ist. Radiosender arbeiten überwiegend mit der Frequenzmodulation. Die Frequenz der Trägerwelle wird in diesem Fall im Rhythmus der Niederfrequenz geändert. Das heißt, jetzt wird nicht die Amplitude geändert, sondern eben die Frequenz der hochfrequenten Schwingung. Ja, das war's für die Rundfunktechnik und bis zum nächsten Mal.